Der Flamingo Bar Krimi 2022 von Tristan. Ich habe in meiner Flamingo Bar viele Getränke, Cocktails und Kunstwerke von Flamingos. Sie hat die längsten Öffnungszeiten. Danke Caro für das Fein, das sieht sehr lecker aus. Bitte Rudolf, genieße es mit deinem Freund Robin und deiner Freundin Camilla. Heute ist Happy Hour, die Preise sind günstiger. Oh ja, super toll. Ihr Leben ist zu Ende. Das war der Flamingo Bar Krimi, danke für eure Aufmerksamkeit.